Warum hat Burkhard Heim nicht eigentlich ein halbes Dutzend Nobelpreise eingesackt? Warum ist seine Theorie bis heute nur in Randgruppen der Wissenschaft bekannt? Und warum spreche ich eigentlich die ganze Zeit von einer Theorie? Es geht doch eigentlich um mehr. Heute geht es um den Begriff des Paradigmas und des Paradigmenwechsels. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Warum hat es eine Theorie, wie die von Burkhard Heim eigentlich derartig schwer anerkannt zu werden? Sie erklärt doch so unglaublich viel. Ich möchte heute nicht nach den historischen und persönlichen Ursachen forschen, auf die bin ich in dem Video über seine Biografie eingegangen, sondern ich möchte eine Schicht tiefer gehen. Vielleicht kennt ihr diesen Begriff Paradigma. Der wurde geprägt von dem Wissenschaftsphilosophen Thomas Samuel Kuhn. Kuhn war ursprünglich Physiker, wandte sich dann allerdings der Wissenschaftsgeschichte und Philosophie zu und lehrte als Professor in Cambridge und Princeton. Kuhns bedeutendstes Werk ist dieses kleine Essay, Die Struktur wissenschaftlicher Revolution. Kann ich jedem empfehlen, der tiefer in das Thema einsteigen möchte, liest sich sehr interessant. Link stelle ich euch in die Videobeschreibung. Ein Paradigma, das ist gewissermaßen der axiomatische Rahmen, in dem sich Wissenschaft bewegt. Immer auf eine bestimmte Zeitperiode, auf ein bestimmtes Fachgebiet bezogen. Und das sind ganz grundlegende Annahmen. Zum Beispiel das deutensche Atommodell, das Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde. Das erlaubte es den Chemikern, endlich zu verstehen, warum die chemischen Substanzen nur in bestimmten Massenverhältnissen reagieren. Das deutensche Atommodell wurde dann wiederum abgelöst vom Burschen-Atommodell, weil man nicht verstehen konnte, mit dem deutenschen Modell, warum Atome hauptsächlich aus Vakuum bestanden. Vor Einstein glaubte man, der Raum sei völlig flach und euklidisch. Das reichte auch für die damaligen Messgenauigkeiten. Aber mit dem gekümmten Raum, den er einführte in die Kosmologie, konnte man verstehen, warum das Licht ferner Sterne von der Sonne abgelenkt wurde. Der entscheidende Punkt an einem Paradigma ist, es ist nicht richtig oder falsch. Es ist schlichtweg notwendig, dass Forscher Einigkeit haben über die Begriffe, die sie benutzen und über die Konzepte, über die sie reden. In der Vermittlung von Wissenschaftsgeschichte wird leider häufig der Fehler gemacht, dass man die Paradigmen früherer Jahrhunderte abwertet und sagt, ach, was waren die damals blöd, im 18. Jahrhundert, Elektrizität ist doch keine Flüssigkeit. Man vergisst immer, das war damals auch schon die Elite ihrer Zeit. Und die haben einfach mit dem gearbeitet, was sie hatten und das war einfach ihre Basis und ihr Begriffssystem. Es ist nicht richtig oder falsch. Es ist immer bezogen auf das, was gerade möglich ist. Die Krux an diesen notwendigen Grundannahmen ist die, dass sie im Denken der meisten Wissenschaftler jenseits der kritischen Reflexion liegen und mehr oder weniger im Unbewussten versinken. Ein Paradigma wird nicht logisch legitimiert, sondern einfach dadurch, dass es von der Forschergemeinschaft, die es benutzt, gebilligt wird. Deswegen ist auch jede Rechtfertigung, die auf Logik basiert, zirkulär. Die Argumentation ist einfach, es ist so, weil es so sein muss oder es ist so, weil wir wissen, dass es so ist. Das ist auch der Grund, warum zwei Paradigmen, die miteinander konkurrieren, nicht logisch gegeneinander abgewogen werden können. Weil die jeweiligen Grundannahmen inkonsumerabel sind. Das heißt, sie erkennen sich gegenseitig gar nicht an. Denkt zum Beispiel mal an den endlosen Kampf zwischen Schulmedizin und Homöopathie. Der Schulmediziner sagt, es kann überhaupt nicht wirken, was ihr da macht. In euren Mittelchen, in euren Globuli, ist doch gar keine Substanz mehr drin. Das ist doch viel zu stark verdünnt. Außerdem hält eure Medizin der Überprüfung von Doppelblindstudien überhaupt nicht stand. Der Homöopath hält dagegen, nein, es gibt subtilere Substanzen oder Energien, die da wirken. Außerdem spielt das Arzt-Patient-Verhältnis eine viel größere Rolle. Das fließt in die Gleichung mit ein, sodass das Prinzip Doppelblindstudie überhaupt nicht angewandt werden kann. Darüber scheiden sich seit Hahnemann die Geister und mittlerweile sogar die Grünen. Kuhn vertritt in seinem Essay auch eine Auffassung, vor die man ihn sehr stark kritisiert hat. Er sagt nämlich, Wissenschaft will eigentlich normalerweise gar nichts Neues erfinden. Wissenschaft dient primär dazu, das, was man schon weiß, zu verfestigen, zu bestätigen, vielleicht ein bisschen zu verfeinern. Aber sie dient nicht dazu, neue Phänomene zu suchen. Sie dient nicht dazu, Neuigkeiten in die Welt zu bringen. Das ist ketzerisch, denn viele Wissenschaftler verstehen eigentlich etwas anderes unter ihrem Fachgebiet oder denken von sich anders. Denkt mal, fragt euch mal, welches Bild von Wissenschaft euch vermittelt wurde und was ihr eigentlich von Wissenschaft erwartet. Aber wenn man sich umsieht, es gibt stichhaltige Belege für diese Kuhns These. Nun gibt Kuhn vier verschiedene Motive an, wie ein Paradigmenwechsel stattfinden kann und welche Ursachen er haben kann. Erstens, das neue Paradigma kann inhaltlich überzeugen. Das heißt, es erklärt bisher unverstandene Phänomene besser als das alte. Klingt noch relativ vernünftig eigentlich. Für die Heimtheorie wäre das nahezu übererfüllt, denn immerhin schafft sie es, das Massenspektrum der Elementarteilchen richtig wiederzugeben. Das heißt, man kann aufhören, Milliarden in Steuergeldern, Milliarden Steuergelder in teure Teilchenbeschleuniger zu versenken. Übrigens, einer der Punkte für Widerstand gegen Paradigmenwechsel, sie stellen nämlich bestehende Investitionen infrage. Zweitens, unerwarteter Erfolg auf einem Nebenschauplatz. Klingt auch noch relativ rational. Das bedeutet, das neue Paradigma löst ganz nebenbei ein Problem, an dem man lange gekaut hat. Wenn ich an die Heimtheorie denke, fällt mir eigentlich sehr viel ein. Zum Beispiel löst sie ganz nebenbei das Problem der schwankenden Messung der Hubble-Konstante und die Inkonsistenzen der kosmologischen Rotverschiebung. Einfach, weil es bei in der heimischen Kosmologie kein Urteil gibt. Drittens, Generationenwechsel ist wahrscheinlich die sicherste und langfristigste Methode für einen Paradigmenwechsel. Es wachsen einfach junge Wissenschaftler in die akademische Welt hinein. Die bringen neue Ideen, neue Erfahrungen, neue Fragestellungen mit und verdrängen schließlich die Vertreter des alten Paradigmas. Ist bei der Heimtheorie bislang nicht zu beobachten. Mag aber auch ihrem geringen Bekanntheitsgrad geschuldet sein. Viertens, und das ist jetzt absolut irrational. Da geht es nämlich um Glauben. Ein neues Paradigma muss geglaubt werden. Ich habe eben schon gesagt, die Grundfesten eines Paradigmas sind irrational. Die basieren darauf, dass man sie einfach billigt. Ja, das steht auch im Widerspruch zum eigentlichen Selbstverständnis vieler Wissenschaftler. Denn wir werden so erzogen, geprägt, dass wir denken, Wissenschaft, das ist etwas völlig Rationales. und der Umstand, der Fakt, dass das auf einem metaphysischen, irrationalen Fundament ruht, der wird oft verdrängt. Vor dem Hintergrund ist es vielleicht sogar verständlich, dass viele, die neue Ideen ablehnen, so unglaublich irrational, unwissenschaftlich auch unfair werden, wenn sie mit diesen Ideen konfrontiert sind und sich dagegen verteidigen. Es rüttelt einfach an den Grundfesten ihrer verdrängten Irrationalität. Das waren Kuhns vier Thesen zum Paradigmenwechsel. Ich möchte noch eine fünfte dazu fügen. Die mutet ganz weltlich und schnöde an. Die heißt einfach Marketing. Ist vielleicht erst in den letzten Jahrzehnten in der Wissenschaft so richtig zum Tragen gekommen. Man muss neue Ideen, neue Theorien einfach bekannt machen. Von nichts kann ja nichts kommen. Ist aber genau der Grund, warum ich hier stehe, warum ich die Videos für euch mache. Eines der wichtigsten Symptome für einen anstehenden Paradigmenwechsel ist laut Kuhn übrigens der Wildwuchs an neuen Modellen, die entstehen. Ist sehr gut zu beobachten derzeit in der Teilchenphysik, auch in der Kosmologie, wo man einfach viele Messergebnisse nicht in Einklang bringen kann mit den bestehenden Modellen. Und so wird halt etwas Neues angeboten. Bislang ist nichts davon erfolgreich. Nun, die Heimtheorie steht im Angebot. Eine der Besonderheiten der Heimtheorie ist sicherlich, dass sie gegenüber früheren Paradigmenwechseln, die in den letzten Jahrhunderten stattgefunden haben, so tief in transzendentale Vorstellungen eingreift. Dieser Paradigmenwechsel wird also nicht bloß die Teilchenphysik betreffen oder ein anderes Wissenschaftsgebiet oder vielleicht die Wissenschaft als Ganzes. Es geht ja auch um massentaugliche Vorstellungen über die Welt und das Leben. Eine der zentralen Aussagen des Heim-Modells ist ja, dass die Materie komplett geometrisierbar ist. Was Einstein für das Gravitationsfeld geschafft hat, das hat Heim auch für die Quellen des Gravitationsfeldes geschafft. Bei ihm bleibt also nur leerer Raum zurück, der erfüllt ist von den platonischen Ideen der Materie. Ganz im Sinne einer Transzendentalphilosophie. Und dem gegenüber steht im herrschenden Paradigma seit Ende des 19. Jahrhunderts der Positivismus, in dem Materie und Masse etwas Axiomatisches ist und dass nur die materielle, sinnliche Erfahrung etwas Reales ist. Im wissenschaftlichen Sinne wie auch im metaphysischen. Heim glaubte und ich glaube das auch, dass das von ihm angebotene Weltbild bedeutend geeigneter und gesünder ist für das Überleben unserer Zivilisation auf diesem Planeten. Das ist tatsächlich etwas, das man glauben muss, aber an das es sich auch zu glauben lohnt. Ich mache diese Videos über Heim, seine Theorien, sein Paradigma in dem Wissen, dass ich niemanden überzeugen kann, der das nicht will. Letztendlich ist das Einlassen auf ein neues Paradigma keine intellektuelle Frage, sondern eine emotionale. Wenn ihr also mutig seid, dann ist das Beste, was ihr machen könnt, beschäftigt euch mit Heim. Am besten ihr abonniert den Kanal und hier bekommt ihr dann regelmäßig eure Dosis neues Paradigma in sechs Dimensionen und in Farbe. Das ist ein neues Paradigma. Untertitelung des ZDF, 2020